Moin Moin, ein, zwei Worte von mir zu der Zahnbürste, die kommt in so einem Etui, das ist ganz nett, ich habe sie auch für Dienstreisen geholt und ja, erinnert das Ganze ein bisschen an Brinnetui, wir machen das hier einfach auf, da befindet sich hier auch die Bürste drin, die können wir rausnehmen, wir können ja auch schauen, wir haben hier diese unterschiedlichen Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen, das Ganze läutet auch immer so auf, wenn man weiß, wo man gerade ist, welchen Modus, die unterschiedliche Stärken und Variationen, hier zeigt auch immer, wie viel Akku wir haben und natürlich gibt es dazu dann auch immer die entsprechenden Aufsätze, in dem Paket sind bestimmt, ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe jetzt auch nicht nachgezählt, aber mindestens 10 Ersatzbürsten dabei, wir stecken das Ganze hier einfach nur obendrauf und dann kann das Ganze auch direkt benutzt werden und man sieht das denke ich ganz gut, wie das dann im Endeffekt läuft, man sieht das begrebt ganz gut, es wird nicht scharf gestellt von der Kamera und ja, ich bin ziemlich zufrieden damit, besonders mit dem Etui im Ganzen, rundum sorglos und ja, ich finde man kann gar nicht viel falsch machen bei dem Ding und das soll es dann erstmal gewesen sein.